Guten Tag liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik. In dieser Sendung entführen wir Sie in den romantischen Odenwald. In Fürth gibt es eine Ausstellung von faszinierenden Modellbahnanlagen, die ein begeisterter Sammler zusammengestellt hat. Freuen Sie sich jetzt auf Modellbahnträume tief im Odenwald. Tief im Odenwald steht nicht nur ein Bauernhaus, sondern auch die größte Modellbahnausstellung Süddeutschland. Vieles kann man hier entdecken, zum Beispiel auch den Moderator von Eisenbahnromantik, direkt neben den Gleisen. Und auch der Weihnachtsmann ist auf dem Bahnsteig unterwegs. Die Modellbahnwelt Odenwald besteht aus fünf Anlagen. Eine davon hat ganz Deutschland zum Thema. 50 Meter lang, von der Nordsee zu den Alpen. Inszeniert mit echtem Qualm und unzähligen LEDs, ein Fall für die Feuerwehr. Im Mittelpunkt der Anlage das Städtchen Petersberg und sein großer Bahnhof. 400 Fahrgäste warten auf den Bahnsteigen. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug ICE geht es in Richtung Alpen. Hier ist im wahrsten Sinne Not am Mann. Und ein Almabtrieb verursacht Stau. Wer steckt hinter dieser Sammlung von Modellbahnen? Da habe ich auch mit vier Jahren die erste Eisenbahn geschenkt bekommen. Und dann hat sich das halt so nach und nach entwickelt. Ich bin dann eine Zeit lang mal beruflich zurückgetreten. Nur dann ging es mir, wie wahrscheinlich tausenden anderen Sammlern in Anführungsstrichen auch, man hat immer mehr zu Hause angehäuft. Und da gab es dann zwei Möglichkeiten noch. Entweder freuen sich mal die Erben und tragen es dann gleich auf den Flohmarkt. Oder man lässt die Sachen dann doch selber mal rennen. Damit seine Züge viele Menschen erfreuen können, hat sich Michael Schumacher, der Besitzer der Modellbahnwelt, seinen Traum erfüllt und eine große Halle gebaut, um all seine Modelle öffentlich zu zeigen. Ein schöner Zug. Es macht halt einem einmal persönlich viel Spaß, aber auch, sagen wir mal, hier die ganze Umgebung hier in Fürth mit dem angrenzenden Schwimmbad, dass man gesagt hat, man hat hier wirklich ein Arrangement geschaffen, was jetzt, sage ich mal, auch den Tourismus hier im Odenwald ein Stück nach vorne bringt. Insofern, sage ich mal, war das jetzt am richtigen Ort. Und da eben die richtigen Anlagen zu finden, das war halt so eine kleine Herausforderung. 80 bis 150 Züge sind in der Modellbahnwelt ständig unterwegs. Wir schauen gleich mal hinter die Kulissen. Zusammen mit dem Chefbetreuer der Anlage, Michael Flössel. Dort ist er häufig, um Loks und Waggons aufzugleisen oder nach einem verschwundenen Zug zu suchen. Denn damit vor den Kulissen der Verkehr reibungslos holt, muss dahinter alles stimmen. Das zum Beispiel ist die verborgene Welt der Ruhrtalbahn. Das ganze Ruhrgebiet im Miniaturformat, das Glanzstück der Modellbahnwelt. Ursprünglich stammt die H0-Anlage aus Oberhausen. Vor einigen Jahren wechselte sie den Besitzer und musste ihren Standort verlassen. Gesteuert wird alles von oben. Von einem Leitstand aus, natürlich mit Computern. Michael Flössel hat diese Modellbahn schon während ihrer Zeit im Ruhrpott betreut. Es hat sich einfach so ergeben, dass mit dem Besitzerwechsel ich die Möglichkeit gekriegt habe, dass man sagt, du kannst bei der Anlage bleiben. Ist natürlich mit einem ziemlichen Ortswechsel verbunden. Duisburg-Odenwald macht man jetzt nicht mal eben so nebenbei. Ist aber auch so, wenn man so viel Arbeit und Mühe in so eine Anlage reingesteckt hat. Und hat sie in guten wie auch in sehr schweren Zeiten erlebt. Und man denkt dann, jetzt kannst du doch nicht einfach sagen, das war's dann. Es kam auch persönlich vieles dazu, dass wir damals gesagt haben, Duisburg und Co., da ist jetzt nicht mehr viel, was uns da hält. Ja, und dann einmal noch so ein Sprung ins kalte Wasser. Zusammen mit der Anlage ist die ganze Familie Flössel vom Ruhrgebiet in den Odenwald gezogen. Der neue Besitzer war froh darüber, kompetente Betreuer für seine Modellbahnwelt zu bekommen. Eine der markantesten Ecken der Anlage ist der Hochofen. Hier wird Stahl gekocht. Durch die LED-Beleuchtung ist die Illusion perfekt. Bilder aus der Eisenbahnromantik-Folge Die Ruhr und ihr Pott aus dem Jahr 2010. Wie sieht eigentlich der typische Besucher der Modellbahnwelt Odenwald aus? Da unterscheide ich persönlich immer so ein bisschen nach Männern, Kindern und Frauen. Weil Männer, ich sage jetzt mal vor allen Dingen, wenn sie eine gewisse Bahnbegeisterung haben, Züge, Betrieb, Realismus des Fahrbetriebs. Kinder, Bewegung in jeder Form. Wenn sie selber so ein bisschen modellbahntechnisch angehaucht sind, natürlich auch gerade dieses, boah, ich kenne ich schon, habe ich schon gesehen. Und Frauen haben einen etwas anderen Blick. Die gucken meistens auf das Nebending leise. Sehr oft diskutiert man dann schon mal mit einer Besucherin drüber, ob diese Szene denn so realistisch ist. Aber das ist ja schön. Oder nee, hätte ich aber anders gemacht. Und die denken so, die klassische Familie aus Frau, Mann, Kind deckt so den ganzen Bereich eigentlich ab. Wer genau hinschaut, entdeckt viel Kurioses. Zum Beispiel die Raketen-Oma. Auch Schwiegermutterschleuder genannt. Vor der Kirche treibt Gevatter tot sein Unwesen. Und selbst auf dem Friedhof bewegt sich was. Die vielen animierten Figuren ziehen immer wieder die Zuschauerblicke auf sich. Vor allem die der Kinder. Seit dem Umzug funktioniert aber noch längst nicht alles. 18 Sattelschlepper haben die Ruhrpott-Modellbahn in den Odenwald gebracht. Zwar wurde vor zwei Jahren alles wieder aufgebaut, aber noch immer ist eine Menge zu tun. Wie sieht für Michael Flössel eigentlich die ideale Modellbahnanlage aus? Ja, also ich sag mal, als Kind die klassische Modellbahn irgendwann unterm Weihnachtsbaum. Wobei ich jetzt auch ein Mensch bin, ich bin jetzt nicht so der gestalterische Mensch, ich bin eher der technische Mensch. Bäume, Gras, Grün ist auf so einer Anlage für mich bestimmt sehr schön, würde ich aber nie hinkriegen, weil fehlt mir der Draht zu. Aber die Technik. Das ist halt die Möglichkeit, man hat Mechanik, Elektronik und aber auch die Möglichkeit, ein bisschen gestalterisch dann im Rahmen der Fähigkeiten zu wirken. Und das ist so meine Faszination. Also ich bin jemand, der könnte auch gut mit einer 200 Quadratmeter Holzplatte leben, wenn da nur ganz viel Elektronik drauf und runter ist. Einmal die Woche läuft Sandra Flössel übers Wasser und befreit den Duisburger Hafen vom Staub. Sie ist auch zuständig für tausende von Figuren auf der gesamten Anlage. Um das Ruhrgebiet wöchentlich zu reinigen, ist die ganze Familie acht Stunden lang beschäftigt. Und weil Frau Flössel die leichteste im Team ist, muss sie auch ran, wenn eine Lok zickt. Ich reinige die Gleise, die Wasserflächen, kleinere Arbeiten wie Preise ankleben und die Züge retten und wieder aufgleisen, wenn was passiert ist. Die Anlage bewegt sich. Die ist nicht überall gleich stabil. Wenn man merkt, dass man zu sehr einsackt, muss man sich eine neue Stelle suchen. Und es sieht von oben halt alles ein bisschen anders aus, wie wenn man so drauf guckt. Und da muss man sich dann immer neu orientieren. Besonders sensibel ist das Entstauben der Dächer. Da kann schon mal eine Antenne umkippen. Ich mach von allem irgendwo ein bisschen. Ich hab schon Häuser gebaut, ich hab die Häuser teilweise mitbeleuchtet und so. Ich mein, das Herz hängt irgendwo da dran. Deswegen, ich kann eigentlich alles machen außer die Technik. Das überlasse ich den Leuten, die es besser beherrschen. Eine ganze Reihe von Anlagen wartet hier im Lager noch darauf, wieder aufgebaut zu werden. Michael Schumacher, der Besitzer der Modellbahnwelt, hat sie irgendwo erstanden. In der hintersten Ecke gibt es einen Rückzugsplatz. Dort arbeitet oft der Sohn von Familie Flössl. Christian. Sein Spezialgebiet sind die Autos. Über 1000 Meter Modellbahnstraßen verteilt, ziehen sie jede Menge Staub an. Für Christian ist die Ruhrtalbahn eine Diva, eine anspruchsvolle Lady. Bei der Anlage ist halt, man muss immer dabei sein. Weil die Anlage, die nenne ich persönlich Diva, weil die hat immer was im Petto, womit man auf Trab gehalten wird. Familien treffen auf dem Leitstand. Hier sind die Flössels unter sich und können auch mal einen Plausch halten und den Sprössling loben oder tadeln. Es ist aber halt dann doch schon anstrengend, wenn man dann doch irgendwie mies was gemacht hat, missgebaut hat oder die Achse kaputt gemacht hat, dann kriegt man halt doch schon richtig einen auf den Löffel, als wenn man jetzt einen fremden Mitarbeiter da hat. Ich hab die kleine Hoffnung, hat sich das auch noch entwickelt, dass ich hier richtig mitarbeiten kann, dass ich Gleise anschließen kann, dass ich Flugfahrten programmieren kann, dass ich selber so Autoladegeräte bauen kann. Das ist halt so was, das muss ich einfach können. Eine der belebtesten Stellen in der H0-Welt ist der Bahnhof von Oberhausen. Die zahllosen Figürchen tragen Koffer und stehen Schlange vor der Telefonzelle, so wie das in der Epoche 3 in den 1950er und 60er Jahren üblich war. Ab und zu gibt es auch eine kleine Schlägerei. Aber der Zugverkehr läuft nach einem exakten Fahrplan. Immer mal wieder ist es nötig, unter die Anlage zu kriechen. 15 Kilometer Kabel sind sozusagen unter Tage verlegt. Naja, wir sind ja auch im Ruhrgebiet. Michael Flössl kennt sich in dem Gewirr aus wie in seiner Westentasche. Wir sind jetzt ziemlich genau unter dem Hauptbahnhof Oberhausen. Und da geht es um eine der einfahrenden Weichen. Die schaltet nicht mehr, weil der Servo sich nicht mehr bewegt. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich ihn wenigstens so davon überzeugen kann, nochmal zu funktionieren, dass wir den Zug da oben unfallfrei reinbekommen. Doch manchmal weiß er nicht, warum etwas nicht funktioniert. Dann ist Fingerspitzengefühl gefragt. Meistens, wenn die Temperaturen relativ stabil sind, passiert nicht so viel. Aber es sind halt elektromechanische Teile und der Verschleiß, der ist da schon festzustellen. Oben die Züge und die Gleise, das ist eigentlich elektrotechnisch gesehen für uns die Kür. Hier unten passiert die Pflicht, weil wenn hier unten auch nur eine einzige Verbindung nicht ihren Zweck erfüllt oder gestört ist, da fährt oben gar nichts mehr. Also ich sag mal, die Elektronik hier unten käme gut ohne die Züge zurecht. Nur die Züge, wir könnten nichts tun, wenn wir die Elektronik hier unten nicht hätten. Die Anlage ist in S-Form aufgebaut und weit über 100 Meter lang. Nächste markante Station ist das Wahrzeichen des Ruhrgebiets, der Gasometer von Oberhausen. In unmittelbarer Nähe des Originals stand die Anlage ursprünglich. Das 117 Meter hohe Industriedenkmal bietet einen herrlichen Blick auf das Ruhrgebiet. Und sieht aus wie auf der Modellbahn. Ein Erzzug mit Doppeltraktion auf dem Weg zur Zeche Zollverein. Im Vorbild misst er 600 Meter. Das ehemalige Steinkohlebergwerk, seit 2001 zum UNESCO-Welterbe erklärt, ist hier als Modell eindrucksvoll in Szene gesetzt. Man kann sich gut vorstellen, wie hier früher Stahl gegossen wurde. Und wie aus flüssigem Stahl sogenannte Brammen. Und daraus wiederum Eisenbahnschienen gewalzt wurden. Das geschieht übrigens heute noch im Ruhrgebiet. Osterfeld Süd, Zugunglück im Bahnbetriebswerk. Der Lokführer der 50 15 57 war mit zu viel Schwung in den Ringlokschuppen gefahren und durchbrach die Wand. Dieser Unfall ist tatsächlich passiert. Direkt an der Ruhr, auf einer Erhöhung hinter der Bahnstrecke, liegt eines der berühmtesten Gebäude im Pott. Die Villa Hügel in Essen. Früher Wohnsitz der industriellen Familie Krupp, heute ein Museum. Alfred Krupp ließ sie 1873 im Stil der Wagner-Villa Wahnfried errichten. 750 Maurer und Erdarbeiter waren am Bau beteiligt. Großgemacht hat Krupp das Unternehmen mit der Herstellung von Kriegsgerät und Lokomotiven. Ebenfalls eine wichtige Station auf der Ruhrtalbahn, Bochum-Dahlhausen. Hier wird gerade eine Dampflokomotive für das Museum angeliefert und mit riesigen Kränen vom Tieflader gehoben. Das Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen ist das größte seiner Art in Deutschland und auch in echt eine Reise wert. 100 freiwillige Mitarbeiter sorgen für einen regen Bahnbetrieb. Die Drehscheibe ist fast immer in Bewegung. 150 Schienenfahrzeuge sind dort ausgestellt, wie beispielsweise die Schnellzuglok 01008 mit Rädern von zwei Metern Durchmesser. Das ganze Gelände steht unter Denkmalschutz und vom Wasserturm aus hat man eine blendende Aussicht. 150 Meter lang ist die Ruhrtal-Modellbahnanlage. Immer wieder gerät etwas Neues ins Blickfeld. Die Zeit vergeht dabei wie im Flug. Und die Entdeckerfreude ist groß. Hier gibt es keinen Vergleich. Es gibt niemanden, wo man sagen kann, Mensch, ihr habt doch auch eine 420 Quadratmeter Anlage, was passiert da bei euch? Hier heißt es Fehler erkennen, staunen, Fehler suchen und Fehler lernen. Und die Lösung vor allen Dingen finden. Manchmal, ich sag mal, wenn unten weiß ich nicht, wie viele Besucher an der Anlage stehen und alles steht, dann kriegt man doch schon mal ein Kribbeln in der Magengrube. Andersrum, wenn man sagt, ich hab jetzt drei Wochen lang so ein kleines Problemchen immer hier und da gehabt und man findet's dann, ist natürlich auch dann schon ein Erfolgserlebnis. Wir sind mitten im Odenwald und besuchen Familie Flössl einmal ganz privat. Im Keller ihres Hauses haben sie eine Werkstatt eingerichtet. Oft sitzt Michael Flössl abends noch ein paar Stunden hier unten, repariert Lokomotiven oder feilt an Autos herum. Bei diesem Modell schleift er die Kotflügel aus, damit die Lenkbewegungen der Räder besser funktionieren. Jedes Werkzeug hat seinen Platz. An der Lampe. Und nicht alles kann sofort erledigt werden. Doch eines steht fest. Michael Flössl ist ein richtiger Eisenbahnworkaholic. Szenenwechsel. Wir befinden uns in Niederösterreich. Wie dafür gemacht, einer Anlage als Vorbild zu dienen, das wunderschöne Weltkulturerbe Wachau an der Donau. Und mittendrin das Städtchen Dürnstein mit seinem blauen Kirchturm. Den Bau dieser Donaulandschaft hat einst ein Wachauer Modellbahnfreund in Auftrag gegeben. Als er die Anlage aus Altersgründen abgeben musste, rief das den Odenwälder Michael Schumacher auf den Plan. Sogar das Haus, in dem sich diese Anlage einst befand, ist im Modell zu sehen. Der Landegger Hof in Maria Landeck. In diesem Gasthof in der obersten Etage. Erinnere ich mich deswegen noch so genau dran, weil wir haben die Teile fast nicht mehr runterbekommen. Insofern, das war noch so eine alte Holzstiege. Das ist mir noch sehr gut, die Demontage in Erinnerung. Auf der Wachau-Anlage fahren über 50 Züge. Vornehmlich von der ÖBB, der österreichischen Bundesbahn. Besonders markant ist diese blutorangene E-Lok, die lange das Eisenbahnbild der Alpenrepublik prägte. Erbauer der Wachau im Maßstab 1 zu 87 ist der Modellbaupapst Josef Brandl. Jede Anlage vom Herrn Brandl ist so ein richtiges Kleinod, muss man sagen. Also von der Detaillierung, von der Stimmigkeit und so weiter. Und die hier war jetzt eigentlich damals auch so die größte Anlage, die er bis dahin gebaut hatte. Also insofern war das so richtig, habe ich mich gefreut, dass das zustande gekommen ist. Auf ausdrücklichen Wunsch des damaligen Besitzers wurde die Maria-Zeller-Bahn in das Wachau-Modell integriert. Obwohl es sich dabei um eine Gebirgsbahn handelt, die ganz woanders fährt. Aber im Modell sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Auch die zweigleisige Streckenführung entspricht nicht der Realität. Die Bahnlinie durch die Wachau verläuft eingleisig. Ob es die Gestaltung von Wasser ist oder das Grün der Wiesen, Wälder und Weinberge, hier stimmt alles. Die Stimmigkeit von der Natur, von den Farben, das findet man also auch sehr selten. Oder die Wälder, die Proportionen, weil es ist ja das Geschick eines Modell- oder Anlagenplaners. Große Dinge wie zum Beispiel die Donau, die man hier sieht, die müsste eigentlich drei bis vier Meter breit sein. Also das heißt, die Anlage bestände eigentlich nur aus Donauwasser. Und das aber so umzusetzen, dass trotzdem der Fluss breit wirkt, aber nicht eben so breit, dass er am Schluss die Dimensionen hier sprengt von so einer Anlage. Die Autofähre von Spitz wurde zwar kurzerhand nach Dürnstein verlegt, aber in dem romantischen Städtchen stimmt jedes Gebäude, jede Gasse, jede Mauer. An einer Hauswand im Nachbardorf hat sich Meister Brandl selbst verewigt. Mit dem Wahrzeichen der Wachau, der blauen Barockkirche von Dürnstein, hat er extra einen Holzschnitzer beauftragt. Die Wachau im Odenwald. Betreut wird sie von Jan Ull. Es ist immerhin Spielzeug. Und die müssen hier, die fahren hier an die 2.000 bis 3.000 Kilometer im Jahr. Da ist dann Motorkohlen, die sind dann abgenutzt, die muss ich austauschen. Zahnräder, Motoren, auch sogar das Fahrgestell ist irgendwann mal ausgeleiert. Und dann brauchen wir halt ein neues. Ich habe früher gerne Sachen auseinandergenommen, habe sie zwar meistens nie wieder zusammenbekommen, aber gut, ich in der Ausbildung als Elektroniker habe ich auch viel mit Metall gelernt. Und generell war ich auch privat daheim. Opa war Abteilungsleiter im ABB und haben daheim schon oft gebohrt und kann mit Holz, Metall, Elektronik, ist ja alles so ein bisschen dabei. Die Lieblingsanlage des 4. Manns im Modellbahnteam ist allerdings die größte Kirmes der Welt, erbaut im Maßstab 1 zu 87. Bestückt mit 10.000 Besuchern und mit 35.000 LEDs. Mir gefällt einfach das bunte, blinkende, drehende, dieses Chaos. Das ist für mich einfach ein Riesenchaos. Man sieht es ja hier an den ganzen Kabeln. Das sind so viele Kabeln und da muss man ja zuordnen, wo es hingehört und dieser Ehrgeiz ist, einfach da hinzukommen, bis das fertig ist. LED ist das Zaubermittel dieses Modells. Jan bastelt gerne stundenlang mit den winzigen Bauteilen. Es hängt an der Tagessituation. Manchmal kann ich zwei Stunden dranhocken, habe dieses feine Gefühl und manchmal da zitter ich und dann hat es keinen Sinn, dann lasse ich es bleiben. Das kommt echt auch Tagesform an. 25 Jahre dauerte es, bis diese Anlage fertig war. Sie ist dreimal größer als das Münchner Oktoberfest. Hätte man es im gleichen Maßstab nachgebaut. Zwar befinden sich hundert Fahrgeschäfte darauf, aber keine einzige Eisenbahn. Sie wollen dunkel und streiten und helles Entsetzen. Demnächst soll das Fannschiff, in das Jan gerade hunderte von LEDs einbaut, ein in die Jahre gekommenes Karussell ersetzen. Die Arbeit an den Anlagen nimmt kein Ende und ist doch ein immerwährender Quell der Freude. Der schönste Moment ist beim Fahrdienst eigentlich, wenn, wie gesagt, die Kinder glücklich sind, die Eltern oder die Rentner, die freuen sich ja auch dran. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn der Mensch hier glücklich rausgeht und sagt, hat mir gefangen. Deutschland von Nord nach Süd, der Ruhrpott, die idyllische Wachau und eine schrillbunte Kirmes. Vier große Anlagen und jedes Jahr soll eine neue dazukommen in der Modellbahnwelt Odenwald. Die Modellbahnschau im Odenwald ist übrigens geöffnet von donnerstags bis sonntags jeweils 10 bis 18 Uhr. Und jetzt, liebe Zuschauer, habe ich noch ein kleines Schmankerl für Sie. Ein Bahnorchester zusammengestellt von den Mitarbeitern der Rhein-Neckar Verkehrs GmbH. Ein Bahnorchester zusammengestellt von der Rhein-Neckar Verkehrs GmbH. Das ist doch die passende eisenbahnromantische Art, frohe Weihnachten zu wünschen. Und dem kann ich mich nur anschließen. Das war es von dieser Stelle aus. Machen Sie es gut, liebe Zuschauer. Frohes Fest. Bis denn. Und Tschüss. Das war es von dieser Stelle aus. Das war es von der Rhein-Neckar Verkehrs GmbH.